Als nächstes haben wir die Aufgabe 2 auf der Seite 25. Sie sehen hier drei Grafiken und wir sollen die Gewinnfunktion, die Kapitaleinsatzfunktion und die Rentabilitätsfunktion richtig jeweils zuordnen. Sie können sich schon Ihre Gedanken machen, was gehört wohl zu wem? Na ja, auf der Seite 26 haben wir dann auch die Lösung parat. Wir können uns das verdeutlichen, indem wir eine einfache Wertetabelle anstrengen. Bei x gleich 4 haben wir einen Wert hier auf der linearen Funktion von 2 ungefähr. Das passt mit unserer Kapitaleinsatzfunktion, das ist eine lineare Funktion. 0,5 mal 4 ist 2. Damit wissen wir schon, die linear steigende Funktion, das ist die Kapitaleinsatzfunktion. Dann bleibt hier noch der obere rote Punkt. Sie sehen, dass wir bei 4 ungefähr hier, naja, bei 14 ankommen und auch das passt sehr gut zur Gewinnfunktion. Denn 8 mal 4 minus 4 ins Quadrat plus 2, 32 minus 16 minus 2 sind 14. Unsere Parabel entspricht der Gewinnfunktion. Und dann bleibt nur die hier nicht ganz so runde Kurve, die hat dann in dem lila Punkt auch einen Wert, nämlich gerade 7, das ist die Rentabilitätsfunktion. Denn wenn wir 4 einsetzen, 8 mal 4, minus 4 ins Quadrat plus 2, das sind natürlich 14. Das ist der Gewinn, geteilt durch den Kapitaleinsatz, also gerade durch 2. 14,5 sind 7. Sie sehen das auch nochmal auf der Seite 27 dargestellt. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang, wir können natürlich sagen, dass der Gewinn oberhalb der Rentabilität liegen muss. Denn die Rentabilität ergibt sich aus dem Gewinn in Relation zum Kapitaleinsatz. Und da der Kapitaleinsatz auch positiv ist, rechnen wir ja 14 durch 2 und das ist gleich 7. Also liegt die Rentabilität genau dazwischen.